Was geht ab, meine lieben Freunde? Euer Juni hier und herzlich Willkommen zum großen Finale von Spider-Man Miles Morales. Ja Leute, heute ist es soweit. Ein sehr trauriger Tag, denn das große Finale ist da. Ich werde heute durchziehen, egal wie lange die Folge gehen mag. Es war leider eine sehr kurze Story, die ich gerne länger gesehen hätte, weil das Spiel einfach so krank geil ist. Ihr habt es auch bis heute hin gefeiert und ich wünsche euch einfach viel Spaß jetzt mit diesem Finale. Nehmt nochmal so ordentlich den Like-Button auseinander für das Finale. Tut mir den Gefallen, macht auf dieses Video die 15.000 Likes voll. Jetzt, wenn ihr das gerade hört, lasst schon mal einen Daumen nach oben da, denn das wird jetzt bestimmt ein richtig krankes Finale werden. Ich bin gespannt, was passieren wird mit Finn, was passieren wird mit Dingens, mit diesem einen Typen da, mit Rhino, mit unserem Onkel und und und. Wir lassen uns da jetzt überraschen Leute, das wird jetzt ultra krass werden. Danke für euren Support bis hierhin und wir müssen gucken, was wir dann als nächstes Game Let's Playen werden. Da könnt ihr auch mal gerne ein paar Vorschläge in die Kommentare reinschreiben oder vielleicht können wir auch noch ein, zwei weitere Folgen Spider-Man machen, wo wir dann die Nebenmissionen extra noch machen und und und. Auf jeden Fall sind wir mit Finn in der Oscorp Corporation, glaube ich, in der Zentrale und haben uns da gerade in diese Türe reingeschlichen. Und genau da machen wir jetzt weiter. Und eine Sache noch Leute, schaut nicht zu viel auf Fins Arsch. Ich habe gesehen in den Kommentaren letztes Mal, einige haben gegeiert, ne. Deshalb, Achtung, Achtung. Let's go. Also das Spiel war für mich das geilste Spiel bisher auf der PS5, ne. Es ist noch nicht lange die PS5 da, aber ihr wisst, wie ich das meine, Leute. Geil, einfach gucken wir mal den Pullover an von dem. Ich bin jetzt so gespannt, Leute, ne, was uns hier erwarten wird, das wird krank. Hi, Mr. Davis. Finn lässt grüßen. Habt ihr beiden Spaß? Macht auf jeden Fall ein Foto von eurem Projekt. Dad, es ist keine große Sache. Doch, das ist eine große Sache. Okay, okay, wir machen ein Foto. Hab dich lieb, Dad. Da war der Vater noch am Leben gewesen. Oh mein Gott, Bruder. Wie krank sieht das bitte aus. Heilige Scheiße. Allein dieser Bildschirm da, ey. Junge, Junge. Wie krank sieht das hier bitte aus, ey. Heilige Scheiße. Scheiße. Boah. Kommt ihr drauf klar, Leute? Lasst es einfach auf euch wirken. Aha, die Loser sind da unten. Wie viele Apollo-Missionen gab es? Hast du Schiele angerufen? Oh, Apollo 18. Gefällt mir. Apollo 18, das kennt man noch. Warum habe ich das Gefühl, dass die irgendwas krasses gleich entdecken werden, was die nicht sehen sollen? Oder irgendwie sowas. Meins war es. Ui, na, sieh mal einer an. Echte, preisgekrönte Wissenschaftler. Wir wussten nicht, dass wir in der Sonderausstellung sind. Kostet extra. Wie bist du reingekommen? Äh, hab ein Ticket gekauft. Wie seid ihr reingekommen? Nicht so wichtig. Hey, kommt mal her. Wir machen ein Foto. Du musst auch mit drauf sein. Du hast uns schließlich geholfen? Okay, okay. Gut, gut, gut. Rütt mal. Okay. Sag Allene. Das will ich nicht sagen. Allene. Ach, krass. Ah, jetzt sind wir wieder in der Gegenwart, Leute. Mein Gott. Finn. So schnell wendet sich das Blatt. Finn, du musst wissen. Ich höre dir nicht mehr zu. Ach, du Scheiße. Oh, oh. Was sind das denn für Typen hier? Ich muss dir sagen, dass das mit dem Reaktor ist. Oh, 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 oh. Kommt. Bam. Bam. Ja, super. Ey. Ja, ich kann... Ihr seht gleich alle von mir einen Venom-Schlag. Man sieht hier alle so aus. Was hält ihr davon, ihr Schweine, ey? Denkt ihr auch, ihr habt euch mit dem... mit dem einfachsten Gegner aller Zeiten angelegt. Und vor allem du hier. Wow. Oh, 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 oh. Der Typ geht ab mit seinem Scheißschild. Schmeiß jetzt mal auf den drauf. Der Typ ist echt nicht schlecht. Ei, 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 ei. Okay. Wir müssen ein bisschen aufpassen jetzt, Leute. Komm, wir nehmen uns als Aufgabe, kein einziges Mal heute zu sterben beim großen Finale, okay? Wir schaffen das gemeinsam. Okay, ich bin fast tot. Ach, geil. Ja, okay, Bruder. Ja, gut. Ich habe mir was Gutes vorgenommen. Merke ich gerade auch. Bruder, was macht dieser Typ da, Alter? Erstmal die kleinen Fische, denkt dran. Erstmal holt man sich die kleinen Fische und dann geht man auf den Haifisch zu. Ja. Okay. Wir haben die Aufgabe geschafft, Leute. Alle mal ein dickes GG in den Chat. Das große Finale ohne zu sterben. Wer hatte das gedacht, Freunde? Wer hatte das gedacht? Ja, der Typ ist aber echt eine Maschine. Ich weiß nicht, wie soll ich den... Wie soll ich den attackieren, Alter? Egal, vielleicht gibt es heute nochmal ein 1-Stunden-Finale, wenn es so weitergeht hier. Bruder. Junge, was geht ab mit denen hier? Alter, beruhigt euch doch mal hier. Bam, Junge! Die schönen Bildschirme hier. Die gehen alle kaputt. Zack. Der Typ ist jetzt auch benebelt. Wir müssen vielleicht doch erstmal auf den dicken Fisch hier. Boah, Junge, was stellt denn gerade... Malz hier an, Alter. Das ist ja richtig böse. Ey, ich habe immer noch so Hoffnung auf Venom, Leute. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, ey. Allein schon wegen dem einen Typen und diese Venom-Namen und was weiß ich alles. Kann man bei dem keinen Finisher machen? Bruder. Wie geil. Da weicht die ganze Zeit meine ganzen Venom-Schläge aus, dieser Hund. Der Typ ist krass. Also der Typ ist schon krass. Ja, wir können Finisher machen bei dem. Hier, das war's hier. Wow, mit seiner eigenen Waffe habe ich dem in die Fresse geboxt hier. Jetzt nur noch ihr beiden hier. Was wollt ihr denn, ne? Was wollt ihr? Zack. Bam. Ja, hier. Okay, was werde ich bereuen, ne? Was werde ich bereuen? Kommt doch her. Hä, wo sind die? Wir müssen mal ein bisschen gucken, wo die sind. Da. Ja, 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 ja. Ich höre eigentlich gar nicht so stark Sachen. Bruder. Ich werde nicht jetzt hier ein zweites Mal sterben, Leute. Wir werden ein würdiges Ende hier machen. Gemeinsam. Puh. Gerade im letzten Moment ausgewichen. Kriegst das in deine Fresse. Bitteschön. Junge, was haben die alle für Riesenschwerter, Alter? Bam. Hau die runter. Wie viel schluckt die denn, Mann? Unnormal viel schluckt die, ne? Sagt mal ehrlich. Hör mal. Wenn das mal ihr Freund aussagen würde. Oh. Schuh. Und tschüss. Ha. Boah, Junge. Was für eine Kombination, ey. Was willst du, ne? Wart mal hier, bitteschön. Was hältst du davon, ne? Wie viele kommen denn da noch von denen? Meint ihr, es wird hier einen Endboss geben? Ich glaube schon. Es muss einen Endboss geben. Ich sage... Wer ruft mich denn da an? Alter. Ich sterbe ein zweites Mal, Mann. Das darf doch nicht wahr sein. Ey, alles von neu wieder. Was ist das für eine Scheiße? Boah. Das ist echt nicht einfach. Ich komme von allen Seiten, Leute. Von allen Seiten nerven die mich hier. Komm. Egal, habt ihr mehr zu sehen. Bis das Finale umso länger ist, umso geiler für euch, Freunde. Nur, ein drittes Mal werde ich nicht sterben. Geht zu Theos Bodega. Theos Bodega. Der geht zu Theos Bodega. Ey, Mann, Alter. Willst du mich verarschen? Hier, was hältst du davon? Ey. Bruder, der weist die ganze Zeit ausmachen. Reicht doch jetzt hier. Und? Äh. Verpüßtig. So. Boah. Das war so geil kombiniert, ne? Ernst. Das war richtig geil kombiniert. Wow. Spider-Man schlägt Frauen. So, bleib da liegen, du Schwanz. Hier. Ich hab was für dich. Bitteschön. Mit den eigenen Waffen. Wie schlägt man seine Feinde am besten? Genau, mit seinen eigenen Waffen. Alter. Wunderbar. Wie war... Wie war ich denn da die ganze Zeit alles aus, Mann? Hör einfach auf sein Kopf, du. Ey. Okay, Leute. Wisst ihr, was ich gleich mache? Ich hätte nicht gedacht, dass ich beim Spider-Man-Finale so ausrasten werde, ne? Ich werde gleich den PlayStation-5-Controller kaputt machen, ne? Ich sag's euch. Dann hab ich keinen Controller mehr. Dann können wir nicht mehr zocken, Leute. Ehrlich, Alter. Das kann doch nicht wahr sein. Die kommen auf einmal von irgendeiner Ecke und geben mir solche Schläge. Die sind doch unfassbar, Mann. Das ist doch nicht zu glauben hier, ey. Guck mal, wie die alles ausweichen, Mann. Mega. Was haben die alle für eine scheiß Technik, ey? Bam, bam, okay. Jetzt Konzentration, ja? Willst du euch jetzt auch mal machen? Ich werde meine Kollegen hier rufen, ne? Die sollen auch mal ein bisschen mithelfen, hier. Meine komischen Philosophen, Holografen hier. Bescheidig. Wer anders macht jetzt hier? Auch ein Boxer-Panzer. Alle Straßen aus Harlem raus sind blockiert. So, komm. Bam, weg. Mann, hab ich reingeschüßt. Tut mir leid, Leute, Alter. Ich wollte kein einziges Mal sterben. Ich bin jetzt einfach schon dreimal gestorben, ne? Was wird hier noch alles passieren, Alter? Mit Harlem Shake und so. Kennst du der Harlem Shake? Wer kennt das Lied noch? Freunde, macht die 15.000 Likes. Wer nicht liked, ist kein Ehrenzuschauer hier an der Stelle. Wer das Video nicht liked, ist kein Ehrenzuschauer. Na? Äh, ich wollte... Ah, hier in deiner Fresse, Alter. Hier. Bam. Hau die alle kaputt, Spidey. Hau die alle kaputt. Und dehnen seine Fresse auf, hier. Bam. Verpiss dich, verpiss dich. Finisher bereit, ne? Mann, schon wieder dieser Schwanz, Alter. Oh, oh. Meine Güte, Alter. Wieder kommt der mit seinem Scheiß-Stock hier. Egal, wir sind schon mal eine Runde weiter. Ja, ich hab sein Scheiß-Schild kaputt gemacht. Und sogar seinen eigenen Kollegen ballern den ab, Alter. Nein. Boah, das war so wichtig, dass wir gerade noch ausgewischt sind. Egal, die kommen von allen Seiten, Mann. Boah, Junge, was macht der gerade hier? Aber jetzt rasieren wir komplett. So muss das sein. Genauso nicht anders. Genauso nicht anders, hä? Was hältst du da von Kopf? Stripitschkowitsch. Astrawoja, Niroja. Boom. So. Jetzt haben wir mal gezeigt, wo der Pfeffer hängt. Und noch mehr kommen da. Alter. Wieder auf einmal ausgeholt hat, ne? Der Schwanz. Boah. Was geht denn hier ab, Mann? Die sind aber... Die darf man nicht unterschätzen, diese Gegner. Die sind so schnell und flink teilweise. Das ist echt nicht so easy auszuweichen, ne? Ich sag's euch bei manchen. Boah. Zack, Finisher. Jawohl, den haben wir auch platt gemacht. Junge, Junge, Junge. Ist da noch einer? Ah, guck mal, der steht. Bam. In deiner Fresse. Kannst du mit dem Holo-Ding kämpfen? So. Gucken wir uns noch ein bisschen weiter um hier. Guck mal, der kommt nicht klar. Guck mal, der kriegt einfach Schläge vom Hologramm. Okay, ich finische jetzt. Okay. Komm, ab nach Harlem, Shake. Hoch mit dir, Spidey, komm. Hoch. So, okay. Boah, das Wasser. Ja. Ach du Scheiß, hör mal das Signal. Wo bist du? Genki. Da mal. Falls du mich hörst, ich bin unterwegs. Haltet durch, Mann. Bitte. Stell dir vor, zum Finale. Genau dann kommt Peter Parker zurück. Wie krank wär das? Das würde ich so fühlen, Digga. Auf einmal, Miles kackt total ab. Es kommt irgendwie, keine Ahnung, Venom, Rhino. Alle stellen sich gegen ihn. Auf einmal kommt dann Peter Parker noch. Sieht aber geil aus mit dem Sturm. Diese ganzen Wetterverhältnisse, was die hier gemacht haben. Sieht schon mega aus. Und ich meinte, ich soll auf jeden Fall den Story-Anzug nehmen hier. Weil irgendwas soll mit dem Anzug passieren. Keine Ahnung, ich vertraue euch da mal. Ich habe jetzt wieder den alten Anzug genommen. Habe ich mir schön umsonst den neuen gekauft. Aber egal, eine Folge haben wir mit dem zocken können. Woo. Da sind wir. Genki. Kannst du mich hören? Genki. Ich glaube, die Empfangsdinger sind alle gekappt worden. Einfach Vodafone-Netz. Ach, geil. Ich komme. Okay, er hat drei um Gegner am Nebel zu lokalisieren. Krank, Digga. Sind die Roxxon-Typen, die vom Underground? Alle sind da. Ah, wie viele sind denn hier? Doppel-Partner. Die kämpfen halt eh alle da unten gegeneinander. Wir müssen einfach nur nach und nach uns damit einmischen. Bam. Oh mein Gott, Digga. Wie krank ist das denn gerade aus? Weil der Typ gerade genau dann geschlagen hatte. Wow. Was kommt denn da auf mich für eine Rakete? Oh nein. Scheiße. Die machen ja diese scheiß komischen Granaten, dass ich nicht mich wehren kann. Wo kommt das her? Wo kommt ein Hologram? Hilf mal ein bisschen hier. Wo sind denn die restlichen? Boah, auf einmal ist da ein Panzer noch am Start. Was geht denn hier ab, Mann? Junge, was geht hier ab, Alter? Kompletter Krieg auf einmal. Oh. Woher kommen die alle hier, Alter? Wie wir alles hier aufräumen, ne? So muss das sein. Und der Panzer wieder hier am Start. Hier, kriegst du das. Du gegen den Kopf. Oh, ich wurde fast getroffen wieder von irgendwas. Digga. Also hier dürfen wir ruhig sterben an der Stelle, ne? Aber vorhin zu sterben war peinlich, muss ich ehrlich sagen. Aber hier rasieren wir jetzt gerade komplett. Also ich bin zufrieden bisher. Kriegst du erst mal Tür gegen die Fresse. War ein Finisher, Finisher, Finisher schnell. Boah, sieht das sexy aus, Digga. Was wir jetzt für Animationen nochmal sehen im Finale, sieht schon wirklich pervers aus. Scheiß, wir können jetzt keine Fähigkeiten einsetzen. Die ist gerade vorübergehend blockiert. Junge. Ei, 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 ei. Digga. Viele hier bitte kommen, Alter. Egal. Miles kriegt das hin. Miles kämpft sich hier durch. Miles ist voll am Angreifen. So muss das sein und nicht anders. Genau so. Ah, der weicht aus. Auf den Dächern. Es ist das Lächeln. Es ist das Lächeln. Digga. Auf den Dächern. Überall, Leute, Mann. Oh mein Gott, Digga. Die snipen mich einfach hier weg, Mann. Sag mir jetzt nicht alles von neu. Ah, ne. Okay. Jetzt bin ich ganz gespeichert hier. Da sind welche auf den Dächern. Sie kämpfen überall. Überall. Tschüss. Ohne. Was ist hier los, verdammte Scheiße, Alter? Ja. Nein. So, komm. Ja, ich bin doch der neue Spider-Man. Aber ich sag's dir noch nicht. Ich überlasse das ihm. Pass auf dich auch, Gloria. Hier, fliegt direkt weg. Hau die alle hier runter, Alter. Mit Venom-Schlag. Der Helikopter, alles hier, Mann. Ist der Helikopter von uns oder von wem ist der? Das hol ich den gleich auch noch runter. Ohne, Junge. Überall geht's hier ab, Mann. Überall. Ist auf jeden Fall ein krankes Finale bisher. Es lädt sich immer mehr auf. Ich glaube, Rhino wird kommen. Stell dir mal vor, auf einmal Venom kommt, Digga. Denn Venom kommt, ist wirklich komplett vorbei. Ich hab nur so Hoffnung auf Venom. Ich weiß nicht, warum, Digga. Irgendwie, weil wegen... Alles hier. Venom-Schlag, Venom-Schwanz, Venom-Penis. Ach, alles ist hier. Oh, oh. Ich muss auf diese Granate aufpassen. Nein, 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 nein. Ich hab dich vorher. Ich beende den Krieg in Haarlem. Ja, Bruder. Wie soll ich den Krieg beenden, Alter? Du bist schwach. Ja, hier. Sag dir, die direkt zwei Sekunden aus dem Ring fällt. Hier ist der Ring. Komm, wir machen Royal Rumble. Hä? Wer hat Bock auf Royal Rumble? Junge, guck mal, wie das mit dem Feuer aussieht. Wie krank, Digga. Alter, das ist wie im Film, ne? Wirklich. Ich schwör auf alles. Das ist wie im Film hier. Das ist wie im Film, ehrlich. Bruder, was geht hier ab, Mann? Wow. Wie ein Scheiß-Bazookas hier, ey. Junge, was geht hier ab, verdammte Scheiße. Bam, hau die alle weg. Komm, Spidey, schnell. Boah, das war richtig knapp. Ich glaube, wenn wir einmal getroffen werden von dieser Bazooka, ist es vorbei, ne? Digga, was geht hier ab, Alter? Junge. Guck mal, was hier abgeht, Alter. Wie viele, Alter? Das kannst du nicht schaffen. Unmöglich. Wie soll man das denn hier schaffen, Alter? Es sind zwei von diesen dicken Brocken, Alter. Wie soll man das denn schaffen, Leute? Bruder, das ist zu krank, ne? Ich schwör auf alles. Unmöglich. Wie willst du das denn schaffen? Wie willst du das denn schaffen, Digga? Bruder! Was ist das für ein Finale, Digga? Ich bin nur am Ausweichen hier. Aber von allen Seiten schießen die auf mich hier. Was soll ich machen? Bruder. Wow. Scheiße, Alter. Nein. Nein, nein, nein. Vorsicht, Vorsicht, komm. Ich hab ihn entisiert. Geil, wie das mit dem Feuer aussieht, ne? Das haben die echt gut animiert, ey, ehrlich. Das sieht krank aus. Macht er den scheiß Schild kaputt. Schön stark, Spidey. Stark. Hol dir den. Boah, der weicht aus, Digga. Stark gemacht. Boah, mein Junge wieder einfach alles ausweicht, der Typ. Und jetzt hab ich den. Stark, komm. Boah, Junge, wie schluckt der denn, Mann? Guck mal hier. Jetzt hab ich den. Perfekt. Junge, Junge. Boah. Finisher. Wichtig. Boah. Woo. Boah, hat er den Hops genommen. Schnell von hinten, der sieht mich nicht. Alter, der hat mich doch gesehen. Boah, Junge. Was für eine Aktion. Schlag den kaputt. Stark. Junge. Viele von denen hier sind, ne? Schnell, schnell. Alter Schwede. Ist das krank, dieses Finale gerade hier, ne? Wirklich. Die Stelle gerade ist unnormal heftig. Unnormal. Verdammte Scheiße, ey. Wie krank. Wir sind nur einmal gestorben hier. Ein einziges Mal. Genki, wo bist du? Boah. Kommt ihr da irgendwie weg? Ist da? Ist da jemand? Leute. Leute. Hört zu. Wir müssen hier weg. Aber ich kann nicht alle von euch tragen. Oh mein Gott. Venom. Stell mal vor. Sie hat schon angefangen. Oh nein. Oh nein. Mach dein Netz. Mach dein Netz. Mach dein Netz. Unser Onkel hilft uns. Digga, was ist das? Er hat recht. Geh. Wir übernehmen das hier. Ich komme wieder. Ich weiß. Okay, Leute. Seht hinter jede Tür. Wir lassen niemanden zurück. Junge, was passiert hier? Nein! Du weißt nicht, was du tust. Die haben es nicht anders verdient. Nein. Der Reaktor. Krieger hat aufgerüstet. Du zerstörst nicht nur die Rocks on Plaza. Du machst ganz halle in dem Erdboden gleich. Ich lasse mich von dir nicht mehr anlügen. Es ist zu spät. Ja, fuck die ab, ne? Anstatt, dass wir zusammenhalten. Einfach diese Oktopus-Arme. Stark, Spidey. Stark, Junge. Hau die kaputt. Das ist wie ein Film gerade hier, Leute. Ehrlich, ne? Wie ein Film. Blockbuster. Sylvester Stallone. Ich kann das nicht zulassen. Du kannst mich nicht stoppen. Werden wir sehen. Okay. Boah, sieht das hier krank aus. Siehst du nicht, was der Reaktor war? Er zerstört die Plaza. Er vernichtet Kriegers Denkmal. Checkt auch gar nichts. Du checkst es einfach nicht, Finn. Komm mal, zeig doch mal, wie stark du wirklich bist, Finn, hä? Zeig doch mal, wie stark du bist, hä? Je mehr Wassen du baust, desto mehr zerstör ich. Oh, ich halte das den ganzen Tag durch, Malz. Wenn dir ein Plaza untergeht, wird dir alle mit. Wer hat das gesagt? Krieger? Ich hab alles berechnet. Was geht ab mit der, Mann? Was hat die genommen? Digga, was hat die... Was hat die für Arme, Digga? Jetzt gibt er eine Bombe, schnell. Wie zu langsam, hä? Ich zeig dir, wer zu langsam ist. Ich will nicht kämpfen. Wir reden. Nachdem ich den Reaktor auf... Oh mein Gott. Alter. Ach du Scheiße. Das ist besser als ein Film, ne? Ganz vorsichtig. Finn, da! Der Reaktor geht gleich hoch. Bald können wir das nicht mehr stoppen. Nein! Ich werde nicht nochmal weglaufen. Äh! Die checkt es einfach nicht. Heilige Scheiße, ist das krank. Oh mein Gott. Du warst der Einzige, den ich auf meiner Seite brauchte. Ich bin... Der Sege, Dinkgerda. Dinkgerda. Wir haben Händenbrock für ein bisschen Information über Nuvor. Geht nicht. Interessiert keinen. Boah, diese Soundeffekte hier. Dieses Mal nicht. Boah. Die ist schon echt verdammt schneller. Die ist schon sexy, Alter. Die ist wirklich sexy an der. Wie schnell die ist. Verschwind einfach. Geh, bitte. Ich will das hier nicht tun. Ich geh nicht, Finn. Hilf mir, dem ein Ende zu machen. Oder bring mich um. Deine Wahl. Hast du das gespürt? Wir müssen den Reaktor stoppen. Die checkt es nicht, Mann. Die checkt es einfach nicht. Du kannst nicht gewinnen. Komm, schieß doch mit deiner Scheiß-Bazuka. Hä? Komm, schieß noch einen Schuss. Ich werde es dir auch nicht einfach machen, Finn. Komm her. Komm her. Boah, Junge. Was hat die für Waffen, Mann? Oh, mein Gott. Was hat die da für Sachen am Start, ne? Oh, hey. Ein harter Kampf. Das liebe ich. Oh, ich wollte euch noch kurz was sagen, damit ihr euch keine Sorgen macht. Was geht hier ab? Es ist okay, wenn das Gebäude hier hochgeht. Es ist sogar okay, wenn ganz Harlem hochgeht. Ich meine, habt ihr eine Ahnung, wie gut wir versichert sind? Und wie gut sich ein terroristischer Anschlag auf uns macht? Zeig jetzt Broxon Plaza. Hier in Kürze. Broxon City. Okay. Hast du das gehört, Finn? Nein. Ich muss ihn aufhalten. Aber nicht so. Ja. Was passiert hier? Bruder. Was macht die hier? Digga. Ey. Wie soll man denn hier ausweichen, Mann? Oh, mein Gott. Okay. Sag nie wieder seinen Namen. Digga. Die Autos sind gleich kaputt. Du hängst die Wahrheit. Hier ist sie. Rick würde es hassen, dass du zu Tinkerer geworden bist. Sei still. Junge. Alter. Wie soll man das schaffen, Mann? Nicht so stark. Du hast Rick auch geliebt. Wie kannst du deinen Mörder verteidigen? Tu ich nicht. Aber ich kann Harlem nicht für Krieger aufwarten. Das mache ich noch gar nicht. Doch, du checkst es doch nicht. Du checkst es nicht. Du hättest wegbleiben sollen. Oh, mein Gott, Digga. Die ist so stark, ne? Ehrlich. Das ist so schwer gegen die. Oh, hey. Ein harter Kampf. Das liebes dich. Oh, ich wollte euch noch kurz was sagen. Damit ihr euch keine Sorgen habt. Oh, nein. Es ist okay, wenn das Volk hier raus geht. Es ist doch okay, wenn ganz allem rumgehen. Junge. Ich meine, habt ihr eine Ahnung, wie gut ihr versichert seid? Und wie gut sich ein herrumpflicherer Anschlag auf uns macht? Wir müssen eine andere Taktik haben, Leute. Auf jeden Fall ist das die falsche Taktik. Digger, das ist schon krass. Das ist schon krass, aber sowas liebe ich, Digga. Wenn das nicht zu einfach ist, dann hat man auch ein bisschen was dafür tun müssen. Ich zieh mich jetzt einfach zu dir rüber, Finn. Was hältst du davon, ne? Dann hilft dir deine scheiß Basuka, Scharmuta, auch nichts mehr. Es ist doch okay, wenn das Gebäude hier hochgeht. Es ist doch okay, wenn ganz allem rumgehen. Ich zieh mich einfach zu dir. Ich zieh mich einfach zu dir, Finn. Jetzt habe ich meine Taktik, ne? Ich zieh mich einfach zu dir. Oh, oh. Wo ist die hin? Komm her. Das war das Richtige. Einfach uns zu ihr hinziehen. Schön in die Fresse. Einfach immer nur Dreieck drücken. Zu ihr hinziehen. Dreieck, Dreieck. Oh, oh. Nein, nein, nein. Oh, shit, Digga. Komm her mit deinen komischen gesteuerten Raketen, Alter. Die Finale ist schon jetzt sehr krass. Auch wenn es gegen unsere Freundin ist, sage ich mal. Ist trotzdem ein krasser Kampf. Digga. Digga. Habt ihr das gesehen? Wie soll man das schaffen? Ey, und ich habe gesagt, bei drei Toten gibt es eigentlich so oft wie ich gestorben bin, eigentlich zwei Stunden Sprechen. Ehrlich. Egal, müssen wir jetzt mal ein bisschen versuchen aufzufassen. Ja, es ist okay, wenn ihr hier hochgeht. Es ist okay, wenn ganz Harlem hochgeht. Ich meine, habt ihr eine Ahnung, wie gut wir das sich hätten? Und die grüßlich ein Händler, die dieser Anschlag aufmachen. Bruder, diese Dinger, die hier explodieren, das ist so krank schwierig zu verteidigen, ne? Ja, das war schon mal sehr gut, was wir gemacht haben. Das war schon mal sehr gut. Wir dürfen nur nicht hier in die Mitte kommen auf dieses Feld. Irgendwie dann... Bisher läuft super. Bisher läuft super. Genau so muss es laufen. Komm, schlag uns weg. Okay, passt. Wir dürfen nur nicht hier in die Mitte bleiben. Die Mitte ist schon echt... Stark, stark, stark. BAM, BAM, let's go. Wichtig. Das haben wir sehr gut gemacht, Leute. Oh mein Gott. Die will ihn einfach umbringen, ne? Die will ihn einfach umbringen. Oh mein Gott. Alter. Oh mein Gott. Ich will dich nicht töten. Du kannst nicht gewinnen. Warum kämpfst du weiter? Ach, Scheiße. Ich... Spider-Man bin. Alter, wie krank ist das bitte? Oh mein Gott, Digga. Digga, das ist besser als im Film. Ehrlich. Seit wann hat mir so... Seit wann gibt es so ein krankes Game, Leute? Seid bitte ehrlich. Das ist einfach Next Level, was wir hier sehen, Alter. Wenn ich den Lifebutton auseinandernehme, der hat echt was verpasst. Weil das ist einfach gerade... Das ist... Die Zukunft, was wir gerade sehen. Ehrlich. Das ist einfach gestört. Guck mal hier, wie krank. Bruder. Genau jetzt muss er zuschlagen. Genau jetzt. Zieh dich dahin. Stark, stark. Scheiße. Wow. Wie kannst du so schnell sein? Ah, nein. Schnell. Ich habe keine Venom-Fähigkeit mehr gerade. Scheiße. Wow. Digga. Bruder. Boom. Junge, ist das schwer. Das ist echt krank, Digga. Das ist gestört, Leute. Das ist mehr als gestört. Warum kann ich keine Venom-Power machen? Jetzt endlich. Gib mir eine Bombe. Wo ist die? Jetzt. Die ist so schnell, ne? Boah, was für ein Kampf, Digga. Oh, oh. Es ist vorbei, Miles. Ja, ich weiß. Jawohl, der hat gesessen. Jetzt hauen sie in den Rausi kaputt. Ich höre Ihnen nicht mehr zu. Hast du ja, lieber... Muss dir was anderes einfallen lassen. Aus dem komischen... Boah, wie krank das einfach aussieht. Finisher bereit. Alter. Was passiert hier, bitte? Ja. Ich kriege dich. Und jetzt habe ich dich. Boah, Bruder. Ich bin wirklich überwältigt, ne? Ernst. Unglaublich. Alter. Oh mein Gott. Du zerstörst die ganze Stadt. Das war so nicht geplant. Ich kann es stoppen. Oh mein Gott. Bruder, ich kriege gerade so eine Gänsehaut. Das ist einfach krank. schon gut. Komm, Miles. Du musst es stoppen jetzt. Komm. Alter. Einfach so krank aus. Was wir hier erleben dürfen. Das ist einfach... Das ist mehr als Kino, Leute. Mehr als Kino, Digga. Nicht... Nicht... Viel... Zeit... Dank... Scheiß. Die ganze Stadt hat die Ahnung läuft. Ein bisschen... Ich... muss mich... beeilen. Er kann jederzeit... explodieren. Ach du Scheiße, ey. Komm, Spidey. Ja, also das ist wirklich Zukunft, Digga. Was wir hier gerade sehen. Das ist einfach... Also ich hatte, glaube ich, noch nie so ein Spielerlebnis. Nicht mal bei Uncharted, nicht mal bei Last of Us. Vom Feeling her. Wie krank das einfach war, Leute. Das meine ich. Wie krank das einfach war. Vom Zocken her. Oh, Digga. Oh, Miles. Das schaffst du. Oh, Miles. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Marius. Boah, das ist unnormal, ne? Das ist einfach nur zu krank Oh mein Gott Bringen Sie ganz weit weg Ich halte das nicht mehr lange aus Was? Ich kann nicht, das ist okay Ich kann nicht, lass einfach los Lass los Oh mein Gott, Alter Oh mein Gott Was soll das denn? Oh Gott Sag doch was Sind alle Okay Sind wir Alle von uns Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Das Feeling dabei ist unglaublich Unglaublich Er ist so jung Hey, verschwinde hier, Junge Wir kümmern uns um die Haben Sie ihn erkannt? Gut gemacht Typisch Medien Anstatt zu fragen, wie es dem geht Danke Wer ist das? Wer ist das? Der Kerl? Unser Spider-Man Unglaublich Simon Krieger Simon Krieger ist im Gefängnis Aaron Davis Alias der Prawler Hat ihn und Watson verpiffen Ehrenmann Davies wird aufsetzen Kriegt aber wohl mildernde Umstände Wir können von den Ereignissen in Harlem Alle etwas lernen Alle etwas lernen Gemeinsam sind wir stärker Und glücklich ist das Viertel Das einen eigenen Spider-Man hat Siehst gut aus, Hayley Der gönnt sich gerade richtig auf seinen Kopf heran Der Miles Boah, ich hab gedacht Die überleben, ne? Ich hab gedacht Beide überleben Wir sehen uns Hey Kleiner Was hast du vor? Ich trage mich natürlich wie eine Schicht an Ich fühlte dich Wir sehen uns nach den Ferien Bis dann Ich frage es Wo ist Peter Parker? Hey Mann, das geht's Mir geht's gut, Mann Echt gut Wir sehen uns Ach, da ist er ja Das sind die zwei Mann, ich fasse das mit dem Anzug nicht Echt cool Passt zu mir Ja, genau Pete Wird dieser Job jemals einfacher? Teilweise ja Aber manche Dinge werden nie einfacher Roxanne hat das hier gemacht, weil wir in ihren Augen wertlos sind Ich Rick Finn Alle in Harlem Es ist unser Job, sie damit nicht davon kommen zu lassen Kommt zum Spider-Man-Eiter zu Geht's los? Geht los Jetzt sind die zwei zusammen als Tag-Team Das hätt ich mir gewünscht Für die letzten Für den letzten Kampf Dass die beiden vielleicht zusammen kämpfen oder so Oh mein Gott Ist vorbei oder was? Bitte nicht Ey Wir sind durch, Leute Alter Es ist vorbei Ey Was zur Hölle war das bitte für ein krankes Game? Ey Seid mal bitte ehrlich, Mann Freunde Also Dafür, dass das Game so kurz war Diese Effekte Dieses Feeling, was man dabei verspürt hat Das war einfach nur unglaublich So ein Feeling hatte ich bei keinem anderen Let's Play bisher gehabt Weil das alles so realistisch auch gewirkt hat Mit den Effekten, der Grafik Also wirklich das Spiel 10 von 10 Bombe Wirklich so ein krankes Game Nimmt den Like-Button auseinander Ich will hier die 15.000 Likes sehen Für dieses geile Finale Einfach nur unglaublich Das hätte ich niemals erwartet Dass uns hier so ein kranker Kampf erwarten wird Und So ein heftiges Ende Dass Finn sich einfach selbst opfert Stirbt Hat mir auf jeden Fall am Ende sehr weh getan Weil das eigentlich Ein sehr vernünftiges Mädchen war Die vielleicht auch zu Miles gepasst hätte Aber Sie ein bisschen verblendet davon war Rache zu nehmen Weil Ihr Bruder getötet wurde Und hat sich dabei ein bisschen überschätzt Und Hat dann am Ende alles eingesehen Hat alles auf sich genommen Hat sich quasi geopfert Und Ja Das war auf jeden Fall krank Wir lassen jetzt den Endscreen noch zu Ende laufen Vielleicht kommt ja irgendwas noch Keine Ahnung Aber ja Das ist auf jeden Fall das Ende Von Spider-Man Unglaublich Ich hab wirklich auch Tränen im Auge gehabt Weil es einfach krank war Es war einfach nur krank Leute Unglaublich All the Spider-Man writers and artists over the years Thank you for showing us that no matter who you are Where you are from Or what you look like We all can be heroes Loving memory of a noble king Chadwick Boseman Oh mein Gott His own strength and composition will revelate for generations to come Wakanda forever Oh mein Gott Leute Alter Einfach An Black Panther Krank Be creator Be yourself Oder was ist das nochmal hier für ein Gänsehautende Alter Was ist das denn jetzt Die Einwohnerhahnung stehen immer noch unter dem Eindruck der jüngsten Aufstände der als underground bekannten Gruppe Der als die Watson Corporation sie vor Gericht verantworten muss War die neu gewesen Die Sonnenblattin Leo Moranis gestern vor die Treppe Mit einem Appell für zusätzliche öffentliche Gelder Die Helden sollen Die Werte sind gut Kreislaufsystem ist stabil Ähm Hirnaktivität normal Er war lange genug da drin Ich war mir in Osborn Aber es könnte unter Umständen sehr gefährlich werden Ich sagte Raushol Jetzt Oh mein Gott War das Venom Das muss doch Venom gewesen sein Oder man hat doch diese Diese schwarzen Dinge und so alles gesehen Ey wenn das Venom war Liga Schau Was zur Hölle Es ist einfach Andeutung auf den nächsten Teil Der wird nochmal Ey Es kommt einfach ein nächster Teil Das war gerade safe Die Andeutung dafür Und hätten die das niemals jetzt gezeigt Und da Sind wir durch Leute Das große Ende von Spider-Man Ich hoffe euch hat diese Let's Play Reihe gefallen Einfach nur Gänsehaut Ehrlich Also für so ein kurzes Spiel Was ein Finale nochmal hier Nehmt den Like Button auseinander Macht die 15.000 Likes hier voll Auf das Ende von diesem Game Mach's gut Finn Mach's gut Finn Ja Und ja Freunde Das war's dann an dieser Stelle auch Vom großen Spider-Man Finale Es endet auf der Kirche Bei der Beerdigung Von Finn Du hast die Hauptstory abgeschlossen Ja Wir sind durch Wir sind durch Was ein krankes Ende Und hier schwingen wir nochmal Hey Mom Letztes Mal Hast du zu tun? Nur ein bisschen Was gibt's? Ich komm gerade aus der Trinity Church Ich musste an Finn denken Was beschäftigt sie? Sie hat mir das Leben gerettet Dir Allen anderen Dabei hat sie uns erst in Gefahr gebracht Aber seitdem ich weiß was mit Rick passiert ist Verstehe ich es irgendwie Menschen sind kompliziert Nimm Onkel Aaron Er hat Krieger ins Gefängnis gebracht Er hat uns Leute aus Harlem rauszubringen Aber wenn ich ihn ansehe Nur an die Qualen deines Mannes denken Ja Du musst Finns Leben nicht beurteilen Auch nicht ihren Tod Behalt einfach in Erinnerung Warum du sie so gern hattest Du bist immer für mich da Das ist mein Job Ruf mich an wenn du mich brauchst Entiendes Si Te quiero Naja Freunde An welcher Stelle kann man das Spiel Am besten beenden Am höchsten Punkt Und zwar Auf dem New World Trade Center Und das war's an dieser Stelle auch Ein letztes Mal Spider-Man In diesem Jahr Es wird auf jeden Fall weitergehen Das ist das Geile Es wird auf jeden Fall weitergehen Leute Wir verabschieden uns aus New York Hey Mites Ich versuche Wow Für nach all der Zeit Alles was liegen geblieben ist Aufzuarbeiten Keine Pause für die Spider-Man? Nein Wo wir gerade dabei sind Ich werde nach meiner Rückkehr Nicht die ganze Zeit hinter dir her schwingen Und dich überwachen Ich vertraue dir Und ich hab noch andere Dinge zu erledigen Was denn? Kann ich helfen? Ich brauche einen Job Freelancer beim Bugle war super Aber ich will jetzt etwas Festes Schon mal an Unterrichten gedacht? Das kannst du gut Im Ernst? Nein Nein Vielleicht? Ich denke drüber nach Bis dann Ja Das waren die abschließenden Worte Von Peter Parker Damit würde ich sagen War es das an dieser Stelle Von Spider-Man Ich verabschiede mich Leute Lasst einen Daumen nach oben da Ein letztes Mal Die Arschbombe ins Wasser 15.000 Likes Euer Rille Peter ist raus Haut rein und ciao Ciao